Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Simpsons Did Run. Das hier wird der letzte Part sein. Ich sammle jetzt hier die Sammelkarten, doch vorher muss ich nur an Versprechen halten. Und das heißt, ich werde euch diese Musik hier zeigen. Ich werde kurz die Kopfhörer auf laut losstellen. Warte, schaust du? Okay, viel Spaß mit der Musik. Das ist echt nicht mehr Scheiße. Das ist echt nicht mehr Scheiße. Wo soll ich denn die alle hinschalten? Das geht auch noch. Versuchen wir es mal! Ich glaube, es ist das Komische. Das gefällt mir eigentlich. Das ist ganz heiß, aber am Anfang der 60-Gusten hatte ich mich früher mal beträumt. Ich bin ein super durchtrainierter Tap-Po-Lübbel. Das heißt, ich habe es nicht. Okay, ich schalte es mal aus. Jetzt habt ihr es gesehen und gehört. Besser gesagt. Und jetzt können wir anfangen. Wir haben sie jetzt ja schon mehr oder minder gefunden, die erste Karte unbequemlich. Bis ich... Ich muss mich verarschen. Ja, das wird... Erwünscht. So. Ich glaube, wir hatten schon zwei. Zwei. Ich bin mir nicht sicher, ich denke, zwei waren schon aus Versehen. Ich KNOWE. Ich muss mal hingehen. Danke. Danke. Oh man ist echt hilfsbar zu nombreisen. Wir sind so nicht. Das war echt Sex. einfach die Situation entgegen in den Füßen es war der Stau da ist es glaube ich davon auch noch ein endlich die Beine aufstecken und den Schritt aufschlemmen erwischt ach ja ich werde euch noch ein kleines besonderes Filmchen zeigen hier hinten ist auch der Eingang von Level 4 der gleiche die Gags sind noch alle frisch gleich mit der Mission angefangen unproduktiv okay wo zwei sind weiß ich zwei weitere die vier die ist schon da als auskommen ha wo bist du und ich soll dich da oben kriegen auf Lendersheim Haus ist nur logisch ne ich wollte eine Erdnuss es kommen hier was uns nicht so schwer SP dann ist es das ist es ach mir egal ich mach hier geht kein 100% LB aber mein Schritt ist ganz wund wo war mein Auto was ist mit der warte warte ich weiß jetzt wie es geht und ich kann die Kamera zentrieren vielleicht ich glaub der hängt fest ah da seht ihr eine Wespa ah ein Kürbis hey warte mal das passt ja es ist ja bald Halloween oh Seitenstechen das tut weh ist echt lustig so ein Zufall Nobihil als Siegeber durch Konnert hat Veräußerung Ruh die Vibrationen Krippeln in den Füßen Ach ja ich mag die Folge vor allem die nur das ist das ich so mag und das ist nicht voll schlecht war ich hatte euch nicht damit die das ist das doch eigentlich schon nicht hatte ich es verliehen kann andere mal ab und seit es ist nicht ich schieße den anderen Mitglied doch noch ein paar mehr mit der Geschwindigkeit so schnell wie möglich so war das aber nicht ausgemacht müssen wir was zurück zu rennen ja ich fliege wie ein Dornpapier im Aufwind das war unnötig Klappe hier damit ach die Folge ist auch gut also das ist alles voller Trier sofort im Sohn hübsches aus dem Formel Mutterschiff davon ist was mit dem Schiff und ich nur das abgebracht die Kirche ist abgebracht nicht mehr zu schön wer ist mein Staub so da ich bin mal es abklappen müssen dann drei stück ich das ist ja so wie es war der Karten auf der anderen Seite ich bin ein superer Ort geliefert Polenzeichen die 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 ich bin exzellente das ist hier die einzige Welt, der ich... Ach komm, jeder macht mal Fehler jetzt hier. Und wir warten, und wir warten. Das sind in der besten Ladezeiten, die ich momentan hinbekomme. Früher, da ging das jetzt so... Früher, vor ein paar Wochen. Nicht euer Ernst. Früher, vor ein paar Wochen, also... war das so, dass er von drei Sekunden geladen hat. Oh, die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Auf bald, ihr Versager! Aber klein Ralf hier noch was ist. Und wenn ich es in der Westme. Hätte ich doch bloß nen Hund mit nem Sattel. Ja, ne? Ach, da gibt's Geld. Ey. Ah. In mich hast du keine Chance, du... Dummer Kaiser! Okay, der hat aber vom Grandpa geklaut. Ja, jetzt soll ich mit jemand anderem zusammenfahren, mal runter? Also, Oma allein, der redet nicht so viel. Und wir haben sie nicht so eilig. Wir fahren mit. Das ist nur ne Erdnuss. Wie Homos so schön sagt. Gee, if we can. Ah, ich weiß woanders. Und die ist schwer. Also, vergleichsweise auf dem Hitze hier. Äh... Vor allem mit meiner Frau. Also mit Homos Frau. Wenn es lädt. Ich sagte, wenn es lädt. Cañonero. 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 Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Ich kaul dir auch den Rücken. Marge macht da nicht mit, oder? Doch, sie macht mit. Nein. Ich hab' dich rausgeworfen, weil ich geflucht hab. Also hab' ich jetzt Zeit für dich. Oh, so schön. Das ist schön. Ne, ich auch. Schick die Rechnung an, Homer. Der sitzt neben dir, du. Oh, ich hab' meinen Auftrag vergessen. Auftragkarten, so. So. Doppeljump. Ui. Ui. Ja, ich bin rausgejumped, ne? Ah. So ist das also. Ist nicht so einfach hier. Also eigentlich schon, aber... Kamera? Bitte. Kommen. Alter! Soll ich Marge mal... Das sollte ich ja Marge mal... ...me fragen, was sie da machen. Ah, was? 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 Ich finde es so faul, das hier zu machen. Es geht schon irgendwann. Ah, du steh! Es steht Marx, Geheimnis! Au Polygone! Aha, nette Mädchen geben Vollgas! So. Ich will... Ich will... ... aber ich hoffe, dass kein... ... äh, kein Ding Kraftwerk ist. ich möchte wiederum springen und da habe ich echt keinen Bock drauf. Lenny? Nein, nur gar. Mach du das erst mal besser! So, da oben war es in vier. Ja, ist ja nix. Ich will mal zu schauen. Ah, ich weiß noch mal eins. Mit einem Gast ist auch mein Kind. Da wohnt man vorne. Jetzt wünschte ich mir, wir wären versichert. Ja, scheiße Amerika, ne? Deine Pflichtversicherung. Aber gerade beweglich gesagt, ne? Achtung, jetzt wird Pflaster getreten! Ja, und du bleibst im Auto sitzen. Du musst keine Berechtigung hier zu sein. Nein, nicht der vier, nicht der vier. So. Erwisch ich nicht. Doch, erwisch ich doch. Erwisch ich nicht. Doch, erwisch ich doch. Oh, wie schön, wie meine alte Sammelleinschaft. Okay, jetzt wird's engelt. Hab ich das nicht eingesammelt? Hey, Entschuldigung, ich fahre. Komm, schieß auf mich, schieß auf mich. Vielleicht krieg ich ja den Back. Okay, wäre lustig. Schieß auf mich. Ja, was? Ich bin hier. Ich glaub, es geht nur mit einem Dach oder so. Ah! Ach, egal. Die kommt eh nicht runter. Ich kann Bock jetzt hier zu. Hm. Ist eigentlich die letzte Möglichkeit, dass hier oben mein... ...es Gärtchen ist. Ich hab dich nicht eingesammelt, weil ich zu dämlich darüber... Weißt du nicht sehen, was ich hier fahren will? Weil... Das musst du unten sein. Ich hätte dich doch besser als Schuhe anziehen sollen. Du vergangen halt sich aus... Episode... Äh... 13 und 14. Wenn du das hier hörst, ne? Du bist ein Idiot. Nein. 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 Diese... Zwei Ausnahmen. Okay, diese eine Ausnahme ist der andere. War ja Zufall. Die kann man doch mal machen, oder? Und... Mann, bin ich gut. Beim ersten Versuch... Nein, nein, nein. Das sag ich nicht nochmal. Beim ersten Versuch, Leute. Beim ersten Versuch. First Try Images. Ich bin echt doof. Also ehrlich. Das hätte ich auch vorher machen können. So viel Ausnahmen müssen. Das war zu einfach. Kartenspiel vollständig. Und wisst ihr was? Da kann man jetzt was machen, ne? Ist euch aufgefallen, dass im... Level 3... Dass es da kein... Filmchen gab? Wenn ja... Dann werdet ihr gleich erstaunt sein. Aber ich glaube, ich werde eh cutten müssen. Da... Was auch immer das Spiel momentan ziemlich langsam ist. Das hier. Dieser Ladeball. Hat mal 3 Sekunden gedauert. Es dauert das so über eine Minute. Und es fehlen Teile. Also manchmal. Wie gerade eben. Ländest du langsam. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe alles aus. Ich lade gerade nicht zu hoch. Ich habe nur das Spiel an. Und Traps natürlich. Und Outer City. Aber das ist unwichtig. Und... Irgendwie ist das nervig. Aber es ist... Sowieso die letzte Episode. Und... Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Im Comicbuchladen. Oh. Oh. Die Lade liegt ganz putzig da. Das ist... Oh. 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 Ja. Da sind wir. Es hat verdammt nochmal 5 Minuten gedauert. Und... Ich dachte schon. Ich muss jetzt abbrechen. Und dann... Könnt ihr nun meine erste Aufnahme sehen. Und... Müssen wir nochmal alles von vorne sammeln. Aber dem ist es nicht so. Auch wenn es jetzt ganz schön viel laden muss. Wenn es... Das erinnert mich an meine Kinder. Da müssen wir jetzt reingehen. Ja. Echt. Ich spekuliere auf lange Ladezeit. Jetzt wird es normalerweise geöffnet. Jetzt wird es geöffnet. Wenn es langsam ist. Und jetzt wird es geöffnet. Wenn es sehr langsam ist. Und jetzt wird es geöffnet. Jetzt wird es geöffnet. Wenn es mein PC ist. Ein kompletter Satz? Ich glaube ich habe gerade meine Hose formatiert. Dann machen wir das. Von der Straße! Verzieh dich auf den Bürgersteig! Das nennt man Vorwärtsbewegung! Tempo! Hypergeschwindigkeit! Man zickt ja. Das ist so... Hallo Nelson. Rennen kann man auch noch machen, aber... Irrelevant. 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 Das hab ich nicht so aufsagen müssen. Nein. Nicht wirklich. Gesetzesbrecher! Ah! Der war doch doch... Wo nur? Nein, ernsthaft? Hier ist der. Ähm. Vein! Swimson. Sie sind in der eine Plage. Hallo, Nels. Oh, geil. Wo bist du? Warum kann ich dich nicht sehen? Heute ist er jetzt geladen. Na halt, das... Ach, das warst nur du, Dolph. Du hast die gleiche Stimme wie der. Jetzt haben wir einen Film. Ich bin Meshire. Ich bin Meshire. Also Kinder, was lernt ihr daraus? Nimm niemals Steroide. Oder doch, ist mir egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Da ist ein Blackscreen vor mir. Und wir sehen uns hoffentlich in einer meiner nächsten Let's Plays. Das hier war der letzte Part. Voraussichtlich. Also dann, auf Wiedersehen.